Ich begrüße euch zu diesem Video, in dem ich euch einen netten Trick präsentieren möchte, mit dessen Hilfe man zwei Zahlen voneinander abziehen kann, indem man zwei Zahlen zusammenzählt. Ja, ich weiß, das klingt jetzt erstmal sehr verrückt, aber es funktioniert tatsächlich. Ich mache erstmal ein Beispiel, damit jeder überhaupt sieht, über was wir hier reden. Was ist denn eigentlich nochmal hier eine Differenz und subtrahieren und so? Also schreiben wir mal auf 205 und wir möchten die Zahl 191 abziehen. Einfach mal so als Beispiel. Wie funktioniert das nochmal? Ganz traditionell, wir ziehen die 1 von der 5 ab, dann haben wir hier eine 4 stehen. 9 und 0 funktioniert nicht ganz, dann müssen wir erweitern, dann müssen wir eine 1 im Sinn behalten. Also 9 minus 10 wäre eine 1 und dann hätten wir hier 2 minus 2, das ist 0. Zack, dann hätten wir hier als Ergebnis 14. Ganz traditionell ausgerechnet, wunderbar. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung und Auffrischung. Das hier oben, das ist der Minuent, das hier ist der Subtrahent und das Ergebnis ist die Differenz. Nur damit wir jetzt wissen, über was wir hier eigentlich reden. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick, mit dessen Hilfe wir diese Zahl umschreiben und zwar nach folgender Regel. Ich schreibe das mal hier nebendran, 919. Erstens ist es so, dass diese Zahl, der Subtrahent, der benötigt genauso viele Ziffern wie unser Minuent. Ist das nicht der Fall? Muss das mit Nullen aufgefüllt werden? Aber dann machen wir auch gleich noch ein Beispiel dazu. Und ansonsten ist es so, dass wir einfach die erste Ziffer von 9 abziehen müssen, dann die zweite Ziffer von 9 abziehen und die letzte Ziffer immer von 10. Ja, ich weiß, jetzt müssen wir doch ein bisschen Minus rechnen, aber es ist trotzdem ein toller Trick, versprochen. Also, legen wir los. Das heißt, die 1 müssen wir von 9 abziehen. 9 minus 1 bleibt 8. Dann ziehen wir die 9 von 9 ab. 9 minus 9 ist gleich 0. Und bei der letzten Ziffer habe ich ja gesagt, von 10 abziehen, also 10 minus 1 ist gleich 9. Dann wäre unser Ergebnis 8, 0, 9. Und jetzt rechne ich einfach 2, 0, 5 plus 8, 0, 9. Und zusammengezählt 9 und 5, 4, Merke 1, zack, 0 und dann kommt hier eine 10. Und die letzte, Entschuldigung, eigentlich die erste Ziffer ist es ja, die müssen wir streichen. Und dann haben wir als Ergebnis 14. Und das funktioniert mit allen möglichen Zahlen. Ich mache dieses Beispiel hier gerade nochmal weg und dann machen wir ein neues Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel, so viele Beispiele, 314. Und wir wollen abziehen die 23. Und jetzt ist dieser Fall, wir haben hier drei Ziffern, hier nur zwei und dann wird mit Nullen aufgefüllt. Also hier noch eine Null dazu. Und jetzt haben sie beide gleich viele Stellen und dann müsste das funktionieren. Und dann mit dem Trick wieder. Also die erste Ziffer ist diesmal ein Null. Dann rechnen wir 9 minus 0. Ist natürlich 9 und schreiben wir die 9 hier hin. Dann die nächste Ziffer wäre die 2. Also hätten wir 9 minus 2. Das ist dann natürlich eine 7. Und die letzte hier, die müssen wir von 10 abziehen. Also 10 minus 3 ist auch 7. Also wieder eine 7. Und dann addieren wir das einfach. 7 und 4. So. Und hier eine 9. Und hier haben wir eine 12. Und die erste Zahl wieder weg. 291. Und jeder kann das überprüfen. 314. Mit dem Taschenrechner vielleicht mal einen schnell eingeben. 314 minus 23 ist tatsächlich 291. Und noch ein letztes Beispiel. Dann denke ich, ist es aber auch wirklich klar. Dafür schiebe ich mal das Beispiel hier schnell etwas in die Ecke. Nehmen wir mal die 100. Und von dieser 100 möchten wir nun 5 abziehen. Jetzt wieder so lange mit Nullen auffüllen, bis das passt. Und dann rechnen wir die 0. 9 minus 0 ist 9. Jetzt mal hier etwas. Nochmal 9. Minus 0 ist wieder 9. Und 10 minus 5 ist 5. Und wenn wir das zusammenzählen, dann hätten wir hier 5, 9, 9, 1 und wieder die erste Stelle weg. Zack. Dann haben wir als Ergebnis 95. Und das passt wieder. Wie funktioniert dieser Trick denn eigentlich? Und zwar es hat etwas mit dem sogenannten, aus der Informatik hätten wir es vielleicht mit dem Overflow zu tun. Beziehungsweise mit modularer Arithmetik. Wenn ich zum Beispiel habe, vielleicht doch lieber in schwarz schreiben, also 995 plus 5. Dann kommt da nämlich genau raus 1000. Und ich habe dann sozusagen einen Stellenwert übersprungen oder eine Stelle weiter überspringen. Es gab mal einen Overflow. Und wenn ich mir nur diesen Bereich hier anschaue, dann sagt das mir, dass 995 plus 5 ist gleich 0. Wenn ich diese 1 hier erstmal ignoriere. Und in diesem Stellenwertsystem wäre es dann so, dass 995 plus 5 gleich 0 ist. Und dann wäre es so, wenn ich nach 995 sozusagen auflöse. Das heißt, ich bringe die 5 mit einer minus 5 auf die andere Seite. Dann hätte ich 995 ist gleich minus 5. Das heißt, diese beiden Zahlen sind in unserem komischen Dreierstellensystem dann gleichwertig. Und genau darauf basiert dieser Trick. Und das funktioniert tatsächlich mit allen ganzen Zahlen. Versprochen. Ich finde es ganz nett. Und übrigens ist es auch so, die Art wie Computer rechnen. Also, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Macht's gut und ciao.